Das böse Begrüßerein herzlich zurück hier beim Metroid Fusion. Wir haben uns jetzt gerade zuletzt die Powerbomben gegönnt und... Oh, du bist wohl ein ganz krasser Dude. Ja, bist du? Alter Schwede, wie fiel denn so aus? Gibt aber auch feinen roten. Verheißt aber nichts Gutes, wenn man mal ehrlich ist. Oh. Jetzt weiß ich ja, warum das nichts Gutes verheißt. Warum mich er speichern konnte. Nehmen es aber trotzdem nochmal, weil jetzt bin ich voll. Ich komme ja hier jetzt nicht raus, oder doch? Ach nee, warte mal. Oh, nice. Oh mein Gott. Oh, ich bin gar nicht da. Ich bin nicht hier. Geh weg. Ich bin ganz woanders. Boah, dieser Herzschlag dann immer. Ich hab so Schiss gerade. Okay, ich bin ganz woanders. Okay, ich bin ganz woanders. Okay, danke. Okay, danke. Okay, danke. Wow, alter. Puh. Heilige Fuckness, ey. Gruselig. Und da kriegen wir noch einen Powerbomben-Container. Ja, Mann. Ist ja schön und so. Ist ja schön und so. Würde mir zumindest sehr gefallen, wenn ich hier jetzt erstmal... Heilige Scheiße, Mann. Das ist immer, finde ich... Okay. Boy. Das ist halt immer sehr intens, finde ich, ganz ehrlich. Das hätte ich wegsprengen können. Ja, mhm. Alles klar. Aber jetzt ist es ja nicht hier gerade, Gott sei Dank. Wo ist das Ding denn hin jetzt? Möchte ich's wissen? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Nö. Nö. Also hier ist nichts mehr. Okay. Dann hat sich das Thema ja erledigt. Aber ich wollte zumindest sicher gehen, dass ich auch wirklich alles mir angeguckt hab. Fuck off. Lass das! Ich hasse das. Jetzt ist hier der Weg auch schon abgeschnitten. Gruselig ist das. Gucken sie mal. Mhm. Ja, na, was finden wir denn da? Wow. Ich bin einfach zu dem. Ich bin die Scheiße zu treffen, Alter. Das ist echt nicht schön, nicht zu sein manchmal. Glaubt mir. Das war schon sportlich ein bisschen, ne? Ja, bist du Mimik? Ne. Ist hier noch irgendwas? Damit kann man's tatsächlich am besten absuchen. Muss man nicht alles einzeln abbomben. Damit wird im Normalfall alles freigelegt, was man da so hätte sehen können. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Ob hier jetzt irgendwas zu sehen ist. Was? Juch. Waa! Ich denk mal fast nicht, wa? Ja. War jetzt irgendwas? Naja. Kannste knicken. Okay, aber macht ja nix. Warte mal... Hier links kommt man noch. Ja, okay. Machen wir mal. Hier war das Sicherheitsterminal. Alles klar. Also man muss sagen, die Powerbomben sind wirklich extrem mächtig. Also... Das ist auch kein Scherz oder so. Die Dinger sind halt wirklich richtig crazy. Was die alles an Power auch haben einfach. Das ist echt pervers. Bei mir soll's recht sein. Ist ja immerhin auch zu meinen Gunsten, nicht wahr? Aber es ist halt... Heftig. Boah, Speicher nehme ich. Aber jetzt komme ich auch in den oberen Bereich. Da fällt mir grad auf. Es sei denn... Die haben diese Farbe dann nur zum Trollen hingestellt. Ach. Und? Let me guess. Ja. Es war schon recht eindeutig tatsächlich. Guuuut. Wunderbärchen. Da ist alles klar. Und? Uuuuuh. Was hat mir nen roten gegeben? Das macht mir ein bisschen Angst. Mhm. Was ist denn das für ein Raum? Mhm. Let me guess. Das ist doch sicherlich... Ja. Und wie ich mir sowas in der Art gedacht hab. Ihr Bastarde. Wow. Okay. Hm. Nein. Das wird nix. Na? Das war Close Call. Aber gut war's. Warte mal, was? Das sah aus, als ob's dahinter hoch geht. Aber da ist nichts. Okay. Dann hätten wir das aber auch. Sonst noch was? Ich weiß es nicht. Ach, ja. Das war... Mhm. Hm. Aber schön, dass es geklappt hat. Sagen wir's mal so. Es geht jetzt halt alles so viel schneller und unkomplizierter damit. Gegner sind größtenteils auch recht schnell damit erledigt. Das sind Entwicklungen, die ich mag. Ah. Ja, ja, ja. Alles gut. Was auch immer da hinten immerzu umherwuselt. Ich bin mir grad auch ehrlich nicht mehr sicher, ob ich das... Ob man das rausfindet. Ob ich das überhaupt je wusste. Also... Ich weiß es ehrlich nicht mehr. Wie auch immer. Wir werden's zusammen rausfinden. Aber ich denk mal schon, dass man das irgendwann mehr rausfindet, weil... Wozu sonst würde man das so einbauen, oder? Und, 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 und? Ist einfach nix. Nix ist hier. Voll die Verarschung, gell. Hier auch nicht. Oder was? Nichts. Völlige Verarschung. Das finde ich absolut nicht in Ordnung. War hier irgendwas noch? Aha. Screw Attack. Na, die hab ich tatsächlich noch nicht. Was hier? Hier war doch! Dich huckt es also nicht so, oder was? 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 Wozu? Man freut sich. Ach ja, richtig. Da war ja was. Am Arsch war da. Alles klar. Danke, Spiel, für diesen Troll. Da hat man jetzt die übermächtige Powerbombe am Start, weißt du? Freut sich. Geil, Mann. Ich erinnere mich dran, wenn ich dieses Raum-Design sehe. Und dann wird man so hart verarscht, Junge. Das finde ich echt nicht fair. Was soll denn das? Das ist echt nicht in Ordnung. Ich dachte gerade für einen Moment, dass sie es wieder nicht schafft. Aber doch. Alles easy. Waffen mit Energievorrat vollständig wiederhergestellt. Jetzt speichern wir nochmal fix. Ja, das mag ich sehr. Na, was hast du diesmal zu berichten? Kehren Sie zu Ihrem Schiff zurück, Samus. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Aha. Okay. Whatever you say. Ach, ja. Diese Sounds teilweise sind so abgefreakt. Gruselig. Schwumm, 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 bub. Natürlich. Na, wie auch sonst. Natürlich bleibt die jetzt auf einmal da aufzustehen. Wer kennt das nicht? Warum sind jetzt diese Sounds? Bäh. Ich finde es nicht gut. Sie ist mir geradezu mindfuckig. Was soll das? Ich sehe schon die Stelle da, aber ich möchte trotzdem... Ach. Fassst du jetzt auf? Ach. Aha. Hier kommt man auch nicht durch. Deswegen muss ich hier unten... Ich fühl mich nicht wohl. Aha. Wo? Muss ich mal so? Oh, einfach nur ein kleines Stückchen höher. Geilo. Das war nur ein Zufall. Aber nice. Ich hab' kein Wage-Bien. Das ist aber sehr ungünstig. Kann man euch so verwunden? Ja. So kann man euch töten. Kriegt man irgendwas von euch? Was Gutes oder so? Was seid ihr? Einmal alles verschwenden, was man hat. Für jeden Fall beste Idee wahrscheinlich. Wart, Alter. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich hab' eine riesen Fläche zu anlaufen. Ich weiß, wo ich bin. War hier nicht sogar irgendwas? Na guck mal. Wunderbärchen. Das sehr wie abgemessen war. Oh, dieser Sound. Landebucht. Ja, ja, ja. Ist auch nix. Ach. Da ist nix, was gut war. Ich meine, das kenne ich noch. Doch. Aber Moment. Ich guck mal grad nochmal, ob ich jetzt da hinkomme. Weil theoretisch sollte ich ja jetzt mit meiner Powerbombe da auch durch können. Ich weiß. Ich immer. Aber ich will gucken. Ich hab halt so das Gefühl, da ist garantiert noch irgendwas. Wie sitzt mir da jetzt auch irgendwas vor? Ich weiß das nicht. Warum dieses Sounds Spiel? Was soll das? Achso, es ist natürlich außer Betrieb. Wie soll das auch anders sein? Gut, dann hat sich das ja auch schon erledigt. Gut. Nix. Ja, jetzt bin ich gespannt. Beam me up, Scotty. Ja, speichern. Das nehm ich doch gerne. Ich wurde auch gleich wieder aufgefüllt. Das ist so wie in Super Metroid. Der Hauptreaktor ist ausgefallen. Daher stehen alle Aufzüge und Systeme der Station still. Natürlich sind auch sämtliche Schleusen davon betroffen. Das bedeutet nichts Gutes. Falls sie es schaffen, den angezeigten Ort zu erreichen, können sie ein Notstromaggregat aktivieren. Danach analysieren wir, warum der Hauptreaktor ausfiel. Doch nun zum eigentlichen Grund, wegen dem ich sie herbeordert habe, ich möchte ihnen etwas zeigen. Seltsame Kreaturen haben in ihrem Schiff Zuflucht gesucht. Ich konnte eine X-Infektion ausschließen und habe ihnen daher Unterschlupf gewährt. Wissen sie irgendetwas über diese sonderbaren Lebewesen? Ihr Auftauchen inmitten einer solchen Katastrophe muss eine Bedeutung haben. Ich werde sie weiter hier behalten. Oh, sie sind sicher. Oh, wie schön. Nimm ich mal bitte nochmal hoch. Hallo. Oh, die sind sicher an meinem Schiff. Oh, ist das schön. Nee, danke. Suchen sie das Terminal zur Aktivierung des Notstroms auf. Mach ich. Jetzt schon richtig Bock drauf. Fuck my life, habe ich mich erschrocken. Mit der nicht gerechnet, Freund, Blase. Aber ich glaube, jetzt kann ich hier durch, ne? Der Spaß hier ist jetzt nämlich geschlüpft. Das bedeutet ja richtig viel Gutes, wahr? Und? Oben ist noch eine rote Schleuse, da komme ich jetzt aber so nicht hin. Boah, diese bedrohliche Musik, Mami, ganz kirre! Oh, fuck my life, ja, ich erinnere mich dunkel. Achso, jetzt auf einmal haben wir hier diese Sounds, oder was? Okay. Reaktorgedöns. Oh, das war nichts Gutes. Alles klar. Das weiß gar nichts Gutes. Ich muss grad mal überlegen, wo bin ich denn, Alter, dieser hiesige Raum, ne? Da unten ist eine Schleuse. Okay. Wo führt mich das hier alles hin? Möchte ich das wissen? Ich weiß noch nicht so genau. Aha, ich kann mich daran festhalten, das ist schon mal gut. Glaube ich. Das hat mir aber zu nichts irgendwie Zugang gewährt. Wollen wir mal gucken hier. Was? Plasma Beam? Entweder ich bekomme hier quasi gleich irgendwie den Plasma Beam hinterher geschmissen, oder ich weiß nicht. Ich hab'n ganz ungutes Gefühl, Friends. Das ist ne Fall, oder? Nicht? Na dann, oh! Die zweite Reihe fängt an, geil! Okay. Ich möchte gerne erstmal zurück. Lass mich in Ruhe. Wow! Sie begleiten mich einfach voll süß. Ähm. Runter, runter. Hier nochmal rein. Komm ich nicht durch, okay. Auch so nicht? Ne, das hatten wir schon versucht, ne? Komm ich nicht durch, okay. Nevermind. Man kann's ja wenigstens mal ausprobieren. Speicher Station, die natürlich nicht intakt ist. Wie sollte es auch anders sein? Nein. Ergo war ich oben schon richtig. Na dann. Gehen wir dann halt nochmal hin. Was soll's? Was soll's? What could possibly go wrong? Wie viel Schaden die einfach machen, ne? Super wär's. Wie viel Schaden die einfach machen, ne? Super wär's. Ach geil. Eine Missile und alles geil. Hier? Ja. Ach. Kriegen wir das hin? So nicht. Hier? Hier nicht. Da ist ein Boss. Was? Ich weiß grad nicht, ob ich jetzt nen Bosskampf machen möchte, ehrlich gesagt. Oh Gott. Warks. Maul. Was? Wieso lebst du immer noch? Sollen das? Was? Was ist denn das für ne Verarschung hier? Was? Hä? Hier durch? Und dann? Ach hier. Hab ich nicht gesehen. Ruhe Harks! Ich hab gar keine andere Chance, let me guess. Ich hab ne ganz böse Ahnung. Ich glaube ich weiß welcher Boss das ist. Und wir waren keine Freunde. So gar nicht. Nun. Wie dem auch sei. We'll try. Ja, es ist der, den ich denke. Und pass auf. Gönnt euch das? Woah. Ah, die Mucke ist mega gut, oder? What? Was machst du da? Hallo? Kannst du mich mal... Fuck you? Mistvieh. Nimmst du dadurch auch Schaden eigentlich? Ne, wahrscheinlich nicht. Nein! Ah, fuck my life. Aber ich tanze im Takt, das ist auch nicht schlecht. Okay. Okay. Ich glaub so kriegt sie mich nicht. Aber die Mucke ist mega gut. Die kann man sich auf jeden Fall gönnen. Naja, sie hat sich farblich schon ein wenig verändert. Ist im Normalfall kein schlechtes Zeichen. Aber meine Lebensanzeige ist halt leider Gottes jetzt auch nicht so geil. Ah, jetzt dreht sie Kumpelhärung gerade. Jaja, da war was. Ich treff das Vieh nicht. So ein Dreck. Ah, fuck man. Da war er nicht. Das Ding ist, ich weiß auch genau welches... was man von ihm... von ihm bekommt. Ich schaff's glaub nicht, oder? Alter, wie viel verträgst du noch? Du musst doch schon lange down sein. Ah, jetzt. Und? Gönn mir. Komm. Woop! Huuu. Fuck. Das tat weh. Ja, das auch. Stirbst du bitte? Nicht ich, sondern du? Wär geil. Oh, fuck my life. Space Jump einsatzbereit. Höfe per Salto in der Luft. Ja, Mann. Voll geil. Das Problem ist nur, das Timing ist echt, ähm, ja. Wobei, geht ja sogar halbwegs. Ich möchte jetzt gerne wissen, aber hier war jetzt nichts, ne? Hä? Wo muss ich denn? Ich muss doch eigentlich da hoch jetzt, dachte ich. Ach, da war das Ding. Uff. Das war knapp. Äh, ich glaube, der Boss ist an sich auch... Okay, das sieht weird aus. Eigentlich, der ist, glaube ich, auch einer der härteren im Spiel. Ich weiß es nicht, aber ich meine das. Ganz dreist. Natürlich Navigationstermine, wie soll das auch anders sein? Die Regeneratoren und die Speicherstationen sind wieder einsatzbereit. Doch mit Notstrom allein bleiben Aufzüge und Schleusen weiterhin außer Betrieb. Ohne einen funktionstüchtigen Hauptreaktor sitzen wir fest. Vermutlich ist der Bewuchs, der ihnen sicher aufgefallen ist, der Auslöser des Problems. Er blockiert die Belüftung des Reaktorsystems. Verfolgen sie die Wurzeln zurück bis zu ihrem Ursprung. Whatever. Ich möchte gerne speichern. Das werde ich auch gleich tun, nämlich hier unter mir ist ein Speicherterminal. Ja, 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 genau. Oh Gott. Ey, ich will jetzt nicht sterben auf den letzten Metern, Alter. Das wäre so bitter. Ich habe zwar kaum noch Energie, aber es ist mir gerade so egal. Ich habe gespeichert, das heißt, ich muss den Boss nicht nochmal machen und habe das bis hierhin geschafft. Und Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaut doch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss.